Das Memorial ist fast am anderen Ende der Stadt. Franz West 123, Sie haben Lande erlaubt, ist für Landebahn 09. Aber der Flughafen ist doch 25 Meilen weit weg. Blackwell 78, Sie bekommen in Kürze die Stachterlaubung. Moskau. Bleiben Sie auf Position. Was? Der Autoverkäufer hat gesagt, dass dieser Wagen auf der Moskauer Kunstausstellung war. Die haben dieses Ding konstruiert. Jennifer. Vor uns befindet sich die modernste Abhöranlage der ganzen Welt. Sehr gut, Mr. Hart. Wer sind Sie? Bleiben Sie bitte ganz ruhig. Ich bin auf Ihrer Seite. CIA?